...katzes Gefühl Mein Plänen wurde etwas entgegen geworfen. Nämlich so ein Ding, was mich angehäuft. Jetzt muss ich hier natürlich eine Weile aushauen, bis mein Leben regeneriert ist. Sie suchen nicht mich. Das ist das einzige was mich gerade glücklich macht. Wenn ich es richtig gesehen habe, jagen die als Tiere nach, wenn sie mich nicht suchen. Manchmal. Was auch immer ihr tut... Ich weiß nicht, ob ich daran gestorben werde, oder ob wir das Argument mitnehmen müssen. Ihr bekriegt euch gegenseitig? Nur weiter so. Ich hole mir dann die Munition von den Leichen. Kein Ding. Je weniger Gegner. Ich habe ihn so besser für mich. ge Großen oder die Tul te frakante. Kein Ding. Dafür Ohne Church. Kein Ding. Kein Ding. W 1995. Beide KLWR moderidan. Kein Ding, Beide. Was tut ihr da? Darf man dieses wissen? Oder ist das so unter euch? Halbt er. Halbt er. Halbt. Das ist wie so ne Navi, die so nicht in Ruhe losen. Dreck. Die kommt ja um an... ach... ...und entschweint halten sich die Roboter gegenseitig für Menschen und jetzt hängen sie da fest in diesem Schema. Deswegen wiederholen sie auch und dauernd ihre Sprüche. Vielleicht hab ich mal ein Stückchen. Dann muss ich nur noch irgendwie außenrum in die Insel und zurück zum Boot. Dann hab ich schon zwei Inseln abgeschlossen, die immer hinwohnen würden. Da ist zwei Tot-Erfahrungen und eine Nach-Tot-Erfahrung. Also zwei in dem Fall. Ich weiß ja ungefähr wo das Boot ist. So ist es nicht. Irgendwo dahinten. Ich muss nur noch hin. Und Feuer machen halte ich in Zukunft wirklich für eine schlechte Idee. Ich mein gut. Das ist praktisch. Das Essen ist garantiert super. Von einem Feuer. Ich mein. Hätte ich nicht so viel Feuer, wäre das nicht toll. Dann hätte ich nicht so viel Essen gerade. Aber hm. Ich werd halt extrem schnell gesehen, wenn ich's mach. so ein typisches Gefahr-gegen-Gewinn-System. Ist mir der Gewinn dieser Sache die Gefahr wert? Aktuell ja. Gut. Ich hab sechs von 15 Fragmenten. Das heißt, zwei Inseln hab ich abgeschlossen. Norden und Central. Das müsste ich mir merken. Oder aufschreiben. Oder am besten beides. Wenn man nicht so effektiv ist wie aufschreiben. Also ich lese die Notizen. Ich hätte die nicht mehr merken müssen. Ich muss nur noch mein Boot finden. Ach du Heilig, ob der mich gerade erschreckt. Ich muss sicher nur hier und die Seite lang rennen. Insoweit bin ich leider noch nicht gekommen. Der einzige Vorteil ist, ich hab jetzt ein bisschen die Ruhe von den Robotern. Das gefällt mir. Ich würd gern wissen, dass die Roboter gemacht haben. War das jetzt programmiert? Dass die das tun. Oder das ist tatsächlich ein Bug. Dass die das tun. So wie sie es getan haben. Ist quasi ein bisschen ihre KI geclitcht ist. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Das ist ja so. 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 Das ist mein Vorteil, den ich hoffentlich auszunutzen weiß. Wenn jetzt hier die Clip runterspringt, verfolgen mich nicht. Das tut weh, aber wie soll ich mich heilen können? Ist doch nicht so schlimm. Das gebratene Fleisch ist wirklich gut. Das stellt einen Hintern voll Vitalität her. Kann man nicht auf 39 und jetzt bin ich wieder voll. Ich müsste mal eine Vitalität so weit runter gehen lassen, wie es erträglich wäre. Um zu schauen, wieviel es herstellt. Wenn es komplett hoch herstellt, dann weiß er eigentlich schlau. Funktioniert das? Nein, man kann es sich nicht auf den Shortcut legen. Schade. Jetzt hätte ich nämlich das gemacht. Mir ist einfach auf den Shortcut gelegt. Okay, wir haben die Nordinsel abgeschlossen. Wenn jetzt kein Super-GAU passiert, schauen wir jetzt auch noch mal einen Fortschritt zu sch- Oh Gott. Das teilt mich grad eben erschrocken. Jetzt ist es egal, was das Spiel mir entgegenwirft für die nächsten paar Sekunden. Warum steht da immer noch 2? Da steht 0. Warum steht auf Central immer noch 2? Weil ich eins vergessen habe. Remaining 14. Das war doch nur. Okay. Das heißt, das erste Fragment, das ich gefunden habe... Ich habe doch auf Central einige zurückgebracht. Oder sind es auf Central mehr? Da sind es 2 gefunden. Vielleicht sind es da ja mehr und ich weiß es nur nicht. Vielleicht ist es da ja 5. Oder 4. Ja, wobei... Da gibt es 3 ergibt 12. Und 15 darf es auch eine 3 geben. Und ich habe doch 3 zurückgebracht. Und sie müssten eigentlich 14... 17. Ne, das ist ein Bug. Oder gewollt. Das gibt mehr Fragment als ich dachte. Und da noch 2 fehlen. Ich habe schon 3 zurückgebracht. Dann gibt es insgesamt... Ja... ...deutlich mehr Fragmente. Ne, egal. Das nächste Mal sehen wir uns auf... Ich denke mal... ...der Südinsel. Oder zurück auf Central. Ich weiß noch nicht wahrscheinlich auf der Südinsel. Oder aus der östlichen oder auch westlichen. Ich entscheide mich spontan. Einer von diesen 3 im Netz. Bis zum nächsten Mal. Tschü tschü.